Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Mein Name ist Christian Danke Ich bin der erste Braumeister von der Paulaner Brauerei in München und ich begrüße euch auf dem Original Münchner Oktoberfest Das Oktoberfest ist ja bekannt auf der ganzen Welt Aber was die wenigsten wissen, nicht alles, was sich Oktoberfestbier nennt, ist wirklich eins Denn nur den sechs Münchner Brauereien ist es erlaubt, das Original Oktoberfestbier zu brauen und hier auf der Wiesn auszuschenken Natürlich ist Paulaner Teil dieser langjährigen Tradition Deshalb ist es jedes Jahr eine ganz besondere Ehre, diese saisonale Spezialität für unsere Gäste zu brauen Ich meine, nicht umsonst sind wir in der Nummer 1 unter dem Münchner Oktoberfestbier Und das spornt uns Braumeister an, euch auch in Zukunft eine hervorragende Bierqualität liefern zu können Ich freue mich schon drauf, wenn ich euch mal live hier auf dem Oktoberfest sehe und mit euch zusammen eine coole Mass Oktoberfestbier trinken kann Bis dahin sage ich Prost und auf euch!